Bürgermeister Mirko Buhr besuchte in dieser Woche Lydia Henska aus Lauchhammer im Bürgerhaus der Stadt. Dort gratulierte er ihr zum 101. Geburtstag und überbrachte die herzlichsten Glückwünsche der Verwaltung und der Bürgerschaft. Die Jubilarin erfreut sich immer noch einer guten Gesundheit. Sie erlebte die Weltwirtschaftskrise 1929, den Zweiten Weltkrieg bis 1945, die DDR bis 1989 und sieben verschiedene Währungen.